In den neuestigen Vivi-News, der König der Löwen erscheint auf der Vivi-App als erstes Mal auch als NFT-bezündete Digital Collectible. Unter anderem gibt es das nächste Vivi Deutschland Community Event und wir schauen uns die Drop-Details an von den beiden kommenden Drops, das und noch sehr viel mehr in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin Stein Captain, dein Vivi-UG mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest und auf jeden Fall heute wieder mit einer Menge, Menge News mit dabei, deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Und ich würde sagen, starten wir an dieser Stelle ganz kurz mit einer Ankündigung von mir, denn das Giveaway für eine Spendenaktion unter anderem auch läuft tatsächlich auch nur noch ein paar Tage bzw. 14 Tage jetzt noch insgesamt bis zum 31. Oktober. Weitere Infos findet ihr auf jeden Fall hier unter dem Post oder auf meinem Kanal bei einem Beitrag, ich werde den auch nochmal unten verlinken. Ansonsten, der König der Löwen droppt als Digital Collectible bzw. NFT auf der Vivi-App am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit bzw. um 17.01 Uhr, denn zwischen 17.00 Uhr und 17.01 Uhr ist eine Schweigeminute für den verstorbenen Silicon mit einer der größten Vivi-Wades. Werden ist jetzt natürlich auch schon mehrmals die Tage, deswegen auf jeden Fall hier nicht irritieren lassen. Die Waitlist beginnt dann sozusagen ganz normal, ihr könnt ganz normal joinen, aber ihr werdet dann sozusagen erst ausgewählt, bekommt zuerst die Nachricht um 17.01 Uhr. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was für Collectibles wir noch bekommen werden. Wir werden insgesamt drei Digital Collectibles bekommen, eins sehen wir hier schon. Ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was wir noch bekommen werden und vielleicht ob sogar etwas animiert ist. Das könnte auf jeden Fall sehr, sehr cool werden. Was animiert ist und was auch sehr, sehr cool ist, sind die Jurassic Park Collectibles, die wir bekommen werden. Und zwar jetzt nämlich schon am Freitag um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Insgesamt vier Stück sind es ja sehr ikonisch aus dem ersten Jurassic Park Film. Und hier sehen wir als allererstes erstmal einen Dino animiert mit Sound. Im gestrigen Video habe ich das Ganze auch schon mal gezeigt. Ansonsten einfach das Video von gestern nochmal ganz kurz anschauen. Und hier haben wir einen Listenpreis pro Blindbox von 25 Gems, wo ich wirklich sagen muss, das finde ich einen wirklich fairen Preis. Hier die Editionzahl passt an dieser Stelle meiner Meinung nach auch. Knapp 2000 Editions, eine Rare und eine First Appearance natürlich. Ansonsten als nächstes haben wir hier diesen Computer auch animiert mit Sound, relativ ikonisch auch aus dem Film. Hier haben wir eine Editionzahl von 1393, natürlich eine Ultra Rare und auch eine First Edition, keine First Appearance, weil wir es hier mit einem Objekt zu tun haben. Und als nächstes haben wir hier dann Mr. DNA und das Collectible wird auch eine Editionzahl von 1393 Collectibles haben. Unter anderem natürlich auch eine First Appearance sein und eine Ultra Rare sein. Als letztes haben wir dann hier noch die Cryoken Kapsel, das ist eine Secret Rare, auch animiert. Und das Ganze wird eine Editionzahl von 993 Stück haben, unter anderem natürlich auch eine First Edition sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie dieser Drop ankommen wird. Insgesamt die Editions sind auf jeden Fall in Ordnung. Es haben sich auf jeden Fall sehr viele Leute auch über diesen Drop gefreut, weil es einfach ein sehr ikonischer Drop ist. Ich gehe trotzdem davon aus, dass tatsächlich viele dieser Collectibles trotzdem unter Droppreis landen werden, weil einfach nicht genug Käufer da sind, die das Ganze hier auffangen. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein interessanter und auch ikonischer Drop. Ich werde persönlich aber diesen Drop an dieser Stelle skippen. Ansonsten noch ein kurzes weiteres Ernauswort und zwar nämlich für heute Abend um 20 Uhr deutscher Zeit gibt es nämlich einen Livestream und dort schauen wir uns mal an, wie geht es eigentlich jetzt mit dem UUP weiter. Was können wir als nächstes erwarten? Was sind die wichtigsten Sachen und was für einen Omi Burn können wir auch erwarten? Deswegen schaltet auf jeden Fall sehr gerne heute Abend ein in den Livestream um 20 Uhr deutscher Zeit. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns hier die Collectibles an von Nathan Sawaya und die Collectibles werden am Samstag Drop und um 17 Uhr deutscher Zeit Drop mit insgesamt drei Collectibles. Und die würde ich sagen, schauen wir uns jetzt auch direkt mal an. Hier als erstes bekommen wir eine Ultra Air. Erstmal das, was wir auch schon auf dem Cover gesehen haben. Hier haben wir einen Listenpreis pro Blindbox von 50 Gems, unter anderem natürlich eine Ultra Air und First Edition. Das Ganze hier licensed bei Elmen X. Dann haben wir als nächstes hier Green Torso. Das Ganze animiert tatsächlich sogar. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird, ehrlich gesagt. Wir sehen auch hier, die erste Variante ist nicht animiert. Diese soll wohl animiert sein. Das Ganze wird hier wieder eine Editionzahl von 600 Stück haben und dann natürlich eine First Edition sein. Als letztes haben wir dann hier noch The Writer. Das Ganze wird eine Secret Rail sein und eine Editionzahl von nur 450 Stück haben. Ich gehe tatsächlich sehr stark davon aus, dass dieser Drop definitiv ausverkauft sein wird, unter anderem auch relativ begehrt sein wird, da wir hier unter 600 Editions Public haben und das tatsächlich auch mehr oder weniger die FA von Lego ist. Unter anderem muss man auch ehrlicherweise sagen, auch die rote Variante sieht einfach sehr, sehr, sehr cool aus, meiner Meinung nach. Könnt ihr auf jeden Fall gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie eure Meinung dazu ist, ob ihr den ganzen Job mitnehmt oder nicht. Ich persönlich werde es auf jeden Fall machen. Wie ihr es auch schon im Intro gehört habt, das zweite VW Community Deutschland Treffen wird auf jeden Fall stattfinden und das tatsächlich auch schon relativ bald. Und zwar nämlich im Oktober, am 7. Oktober um 16 Uhr deutscher Zeit startet das Ganze. Das ganze Fest wird in Naila stattfinden. Unter anderem werden wir hier zu Gast sein bei Meta Brew Society zum September Beer Fest. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wer von euch dort alles vorbeikommen wird. Wenn du auf jeden Fall gerne auch dabei sein möchtest bzw. auch die Zeit hast, dann schreib mir doch gerne auf Telegram, Instagram oder auch Twitter. Dann schicke ich dir einen Einladungslink für die Telegram-Gruppe. Und ansonsten, falls du kein Telegram hast, schreib mir trotzdem auf jeden Fall, dass wir dich auf dem Schirm haben, dass wir in etwa wissen, wie viele Leute kommen werden. Ich bin natürlich selber auch vor Ort und ich freue mich auf jeden Fall auf jeden, den ich dort von euch wiedersehe oder tatsächlich auch das erste Mal kennenlernen werde. Und als letztes würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall nochmal was auf dem VWX Checker an. Denn hier gibt es auch eine sehr interessante Entwicklung, denn ein erster VWX hat die 20.000 Collectibles geknackt und hier tatsächlich auch in den letzten sieben Tagen allein über 2325 Collectibles mit hinzugefügt. Ich gehe davon aus, dass es tatsächlich überwiegend Comics sein werden, da dieser tatsächlich auch schon vorher aufgefallen ist, dass er sehr viele Comics günstig gekauft hat. Aber es ist wirklich heftig, wenn man sich überlegt, 21.000 Collectibles, Comics und auch Collectibles zu haben. Das ist einfach schon eine ganz schille Hausnummer. Ansonsten sieht man, ja, die meisten Whales eigentlich hier überwiegend tatsächlich momentan wenig am Akkumulieren in den letzten sieben Tagen. Wir sehen auch hier tatsächlich einen relativ großen Abverkauf, aber das hält sich tatsächlich hier noch in Grenzen. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Ansonsten die allgemeinen Marktdaten sind tatsächlich relativ unverändert. Wir sehen jetzt hier keinen großen Push nach oben, was Käufer angeht oder auch Verkäufe angeht. Und ja, insgesamt relativ basic, wie auch die letzten Monate eigentlich hier mit ungefähr 8.000 bis 5.000 aktiven Usern pro Tag. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Aber das war es auf jeden Fall dazu. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig, bei dir da draußen fürs Zusehen. Und wünsche dir jetzt auch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann, dein Käpt'n. Ciao, ciao.